Endlich wieder Wasser. Ja, der Schnee ist weg. Es gibt wieder grüne Weihnachten dieses Jahr. Ne, Maja, endlich Wasser. Wie komme ich da rüber? Okay. Gehen wir mal über die Schlucht. Der See läuft über. Ne, da gehe ich jetzt nicht rüber. Tja, überall Biberspur. Guck mal, ob man da runterkommt. Da liegt alles kreuz und quer. Krass. Ne, alles überschlimmt hier. Schaut euch das an, da hinten die ganzen Bäume. Biberland. Das ist fein. Es ist doch kalt. Türspinner. Ja, da haben sie ganz schön aufgeräumt da hinten. Ja. 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 Amen. Endlich wieder Wasser. Hey. Guck mal, ja. Guck mal, da ist Wasser. Ganz viel Wasser. Alles gut. Ja, was gibt's denn? Wie ist der Tom-Wasserfall? Wohlfesttage. Wohlfesttage. Wohlfot. Maja. Wohlfot. 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 Vielen Dank.